Wirklich? Keine Ahnung Mir kam es vor wie, naja, hm Oh, stimmt, aber es wird schon ziemlich dunkel draußen und vor allem wird es dunkel in meinem Zimmer Vor allem wird es warm in meinem Zimmer, Alter So, MAD Ich muss wieder auf den Typen warten hier, Mann, Mann, Mann Entschuldigung Geschmolzener Kerl Bezwingt Ragnaros? Lol, der hat gerade Ragnaros ausge... Achso, ne, das ist der Level-60er Ragnaros, glaub ich Jo Lauf Lauf, 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 lauf Bitte nicht app-mounten, bitte nicht app-mounten, bitte nicht app-mounten, bitte, 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 bitte Ja, gut, puh Oh mein Gott So, du synchronisierst Fiona und ich synchronisiere Tarina Jo, Sekunde Ich synchronisiere Fiona, ok Steigt in die Karamaner, Mann, und los geht's 3 999 1 und jetzt die Doppelung an die Stelle an den anderen er ist gar nicht glauben dass sich geben so habe davonlaufen lassen Prozent es ist nicht eine Schülterin er ist auf aus freien Stücken fortgelaufen niemand von uns konnte ihn aufhalten wir können nicht sicher sein dass er getötet wurde vielleicht ist einfach nur irgendwo hinweg fortlaufen nein er würde niemals sein Gebetsbuche einfach so zurücklassen er hatte seine Nase immer tief in das Buch gesteckt um sich weiterzubilden er hat sich stets weitergebildet hat immer versucht sich zu verbessern ein Grund mehr zu glauben dass er noch lebt ein Paladin die Gidlin gibt einen guten Todesritual das weiß jedes Mitglied der Geister das mächtig genug ist ihn zu besiegen es ist wahrscheinlich dass der Erfschmuck ey du gefangen wird und ein Todesritual erwartet wirklich das sind tolle Neuigkeiten nun eigentlich sind das ziemlich schlechte Neuigkeiten aber in Anbetracht der Alternativen wenn wir ihn finden wollen sind wir auf dem richtigen Weg es ist wahrscheinlich dass er nach Straton gebracht wurde oder vielleicht in den Pestwald beides sind Orte des Bösen ich habe sie auf meinen Reisen gemieden wann immer es ging ich bin mir nicht sicher ob ich bereit bin alleine dorthin zu gehen du bist nicht alleine Tarina du hast dir auf diesem Weg Verbündete gemacht und abgesehen davon bist du auch ein ziemlich fähiger Paladin ich fähig nein nein Gidlin war der gute Paladin er ist derjenige der jede Nacht stundenlang wach blieb und übte dennoch warst du es der stets mit dem Schritt gehalten die über was mit ihm Schritt gehalten hat ohne Übung wow ich kann so gut lesen ähm wo bin ich jetzt ich habe euch beide kämpfen sehen Tarina du bist ein wahres Naturtalent mehr es geht wenn es jemals sein wird vielleicht hat er euch deshalb verlassen was meinen wir damit vielleicht hat er ja das Gefühl er müsste beweisen dass er so talentiert ist wie ihr das ist alles meine Schuld ich muss ihn finden um alles wieder gut zu machen warum ich würde nicht sagen dass es eure Schuld ist Tarina aber lasst euch dadurch nicht davon abhalten Gidlin zu retten oh yeah also jetzt ist äh wer das nicht gefehlt hat also der komische Zweig der ist jetzt irgendwie weg oder ja entführt worden und ja äh nein die Quest nehmen wir jetzt nicht an doch die Quest nehmen wir an okay und wir müssen dem jetzt mit dem Bluthelfender retten irgendwie ja mhm gut hier habe ich jetzt nur zwei Quests okay los finde ich raus hat mit Gidlin passiert ist um weil du gerade zu wenig wenn sie gerade so wenig lesen können kannst du in die die Typen jetzt die Unton hier vorlesen okay die reden ja ja okay boom und 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 der redet nicht wie der redet nicht bei mir redet er nicht ich werde euch gar nichts erzählen bei mir redet er nicht ich möchte nicht den Tod durch eure Hand Mensch um noch im Moment das muss doch mit das muss sein so wie Arthas redet aber ich sehe das gar nicht die Reden bei mir nichts der Zwerg gehört ja zu uns nicht euch ich wollte nur ein cooles Echo machen der Bestweig ist zu groß euer Freund ist verloren ihr werdet ihn niemals finden niemals finden er 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 sie nicht niemals zurück weg geben das ist jetzt bei mir gestanden gut bei mir nehme ich auch nicht wahrscheinlich musst du die Gegner anwerfen oder ich halte egal okay ihr seid nirrisch Mensch ihr sucht den Zwerg Baroness Anastrielt ihn wohl verstärkt und damit war's das ja ja und ich hab grad nen lag also bitte ganz kurz warten Standbild und so ja ich geh schon mal vor aber dieses Echo wenn man das so richtig gut macht dann gehört sich das sogar richtig professionell also richtig epic hm 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 ja ich hab nämlich vorhin 3DS bekommen endlich nach so vielen Monaten und den hab ich erstmal leer gezockt achso die Aufnahme läuft noch ja oh ok oh man oh man oh man ich will mir den auch unbedingt holen aber irgendwie hab ich nicht das Geld dafür ich hab's von meinem ersten Geld gehört ich hab's von meinem ersten Geld gehört Limited Edition Zelda mit Zelda-Schlüsselanlänger, Zelda-Schlüssel, Band, Zelda-Skin und Zelda-Ocker hin auf deinem 3DS und dazu den 3DS nicht vergessen ha ha zusammen 230 Euro ach nicht vergessen ne Zelda-Tasche Loll für den 3DS mein ich ja klar oder oh dort 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 kacke egal findet das aus weg so fertig wo bist du dann? ok da drüben da ich darf nicht pullen ich hab viel zu wenig AP und mache viel zu wenig Schaden aber ich finde das echt übel als Krieger kann man hier wirklich durchlaufen weil man einfach mit Siegesrausch heilt man sich die ganze Zeit wieder hoch das ist voll asozial und das Hexenmeister naja ich denke mal mit Nullkoppel gar keinen Schaden da und doch das stimmt gar nicht das war keine Zelda-Tasche und die Tasche ist irgendwie härter als die von meinem Nintendo DS LOL finde ich geil weißt du ich habe den Nintendo DS seit dem Release Datum und der funktioniert immer noch das muss mir mal einer nachmachen ich habe meinen von ich glaube einen Monat nach dem Release Datum aber ich habe weder den Light noch den XL noch den ich habe auch den ganz normalen Standard der der noch wie ein richtiger Gameboy aussah ja so voll fett und so Mh 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 Ich muss bereit sie zu töten sein bereit sie zu töten sein Ah, hier oben gibt es übrigens einen Spot für Nachtelfen-Artefakte, wenn es interessiert. Das musst du mir ja aufschreiben als Guide. Nein, nein, ich weiß nicht. Aber glaub mir, du wirst Archäologie nicht machen. Ich habe so lange nach dem Kackschweldberg gearbeitet. Ich werde gar nichts mehr machen außer diesem Char hier spielen. Ich will ja mit WoW aufhören. Ist so langweilig geworden. Ja, wir sind fertig übrigens. Unser LPC ist das Einzige, was noch Spaß macht, weil wir halt wenigstens schon ein paar Aktionen machen können, weil wir halt zu zweit sind, aber alleine, alleine, keine Ahnung, dann macht das irgendwie keinen Spaß mehr. Ja, das Leveln ist insgesamt für mich auch absolut langweilig geworden alleine und High-End-Content ist einfach für mich nicht mehr spielbar geworden. Ich meine, ich bin wegen diesem Disconnect beim PvP-Boss gestorben. Also ist peinlich. Also ist richtig peinlich. Und wer bist du denn, Leichenverbrenner-Zimmer? Und wer bist du denn? Ich bin ohne gesagt. Beschaffte ein Fellflicken von Dämmerschwinge. Na gerne doch. So, annehmen und hier noch abgeben. Warte auf mich. Nimm die Quest da vom Leichenverbrenner-Timmer. Ich geh schon mal Dämmerschwingen. Versuch den, der fliegt ja hier oben rum. Ähm, ist es der? Ne. So. So, da ist er. Aber wo ist jetzt das Leuchtfeuer? Moment. Ähm, soll ich das einfach rausflaschen? Okay. Ich mach auch mal. What? Oh, puh. Quest angenommen? Äh, ja. Gut. Bumm und Bumm. Euer Ziel ist tot. Felfflicken von Dämmerschwinge. Äh, B. In gleichem 43. Du? Ah, ja, ich auch. Cool. Hier fehlen zwei Balken. Äh, mir fehlt ein halber. Ah, nee. Wieso bist du so im Vorsprung? Keine Ahnung. Hast du noch doppelte LP? Oder so? Nee. Komisch. Schon lange nicht mehr. Ich hab ja schon den Düsterbruch verloren. Mhm. So. Oh, Schulterpanzer. Aber die sind schwach. Schade. Yeah. Level up. Ich bin außer Reichweite. Und ein neuer Talentpunkt. Was hab ich da jetzt eigentlich vorhin gerade geskillt? Ich hab ja keine Ahnung. Euer Zauber Seelenfeuer und der Zauber Feuerblitz. Eures Wichtiges für Belegen, das brennende Funken, der im Verlauf von bla bla bla. Cool. Ja, ja, den behalte ich mal. Alle anderen. Ich muss bereit, sie zu töten, sein. Das kann noch nicht alles sein. Ich will mehr. Das kann noch nicht alles sein. Geht alles, schläg, hör auf den Seiten. Lol, ich wein diese Gegend hier noch nie. Glaub ich. Lol. Sein? Leibendige Fäulnis? What the fuck? Oh, ich weiß, wo ihr da kommt. Ja. Ein leckenster Marsch. Tschüss. Bock mit dir zu kämpfen. Der Sieg ist nahe. Reh und so. Äh, gern. Ja, ja, weh, weh. Leid für euch. Dankeschön. So. Und du hast gepult. Was dann? Ich weiß. Zack. Zack, zack. Ich mein einzigen Zauber die Schaden machen. Sonst hab ich im Prinzip dran. Jetzt aber, da ich brennende Funken geskillt habe, muss ich meinen Wichtel rausholen. Bam, bam, bam. Und so. Naja, jetzt müssen wir natürlich herausfinden, wo Gidwin versteckt gehalten wird. Genau. So, als erstes müssen wir den Untoten zeigen, wer hier der Boss ist. Und dazu müssen wir jetzt erstmal zwei Bosse besiegen. Das hat er gesagt. Juhu. Ich liebe Quests, wo man Bosse killen muss. Die sind so einfach und gehen so schnell. Ja, das kann ich nicht. Vor allem, weil die Bosse irgendwie immer leichter oder leichter zu besiegen sind als die normalen Gegner um ihn herum. Boom. Boom. Siehst du, wie viel Schaden wir machen? Oder du, meine ich. Schreiben der Ballen muss. Ja, genau. Okay. Und springt. Da, da, da. Fertig. So. Wir müssen gleich noch zum anderen Bosse. Wie, ha, wie, ha, uhr. Wie, ha, wie, ha, uhr. Wie, ha, uhr. So. Jetzt wissen wir mal, wo Gidwin sich versteckt, äh, Gefangenheiten, wie gesagt. Aber die tun wir jetzt gleich. Ah, ne, men, so. Gleich kommt ein Video. Warte, Mann, ich muss mich mal immer Skypers offen an Anzeigen machen. Sonst war ich vermutlich gleich mal angerufen. Gut. Ich bin auf Beschäftigstelle. Das heißt, selbst wenn mich in meine Hände ruft, ich höre es eh nicht. Mhm. Und das sind zwei Gänger, ein Todeskult. Oh mein Gott, der Deathgriff vom Todeskult. Das ist der nice one. Deathgriff. So, was ist er noch an? So, oh Mann, so ein Pesthof. So, was machen wir jetzt? Äh, Geister von Darylheim. Fight, oder? Na, gleich. Ja, wir holen jetzt Gidwin. Unter anderem. Und nebenbei machen wir das andere hier. Was war das? Ich wurde irgendwie weggekickt. Boom, 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 boom. Wurde es auch weggekickt, kann das sein? Cool, es wegkickt. So ein cool. Ja. Und. Sau, Schatz. Ähm, 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 ähm. Warte mal, ich mach mal eben mitten und am Kampfen. Ein Gesundheitsstein. Langweilig verbrochen Gesundheitsstein. Ich? Sonst starb ich. Bäh. Noob. Hey, ohne meine Seensteine wärst du auch schon siebig aufgestorben. Seensteine sind aber was anderes. Und ich bin auch so gestorben, ich konnte mich nur direkt wiederbeleben. War auch egal. Sag's keinen. Okay, das stimmt. Naja. Ähm. So. Du synchronisierst die Frauen und ich wieder die Männer. Okay. Wieso muss ich die Frauen? Keine Ahnung. Du hast eine bessere Stimme dafür. Naja. Ich bin heiser. Ich bin heiser. Ich kann meine Stimme nicht so hoch machen und so. Okay, aber eigentlich kannst du sie nicht so hoch machen. Ahhhh. Nein, okay, lassen wir das lieber. So, warte, ähm. Naja, pull du mal. Ich laufe dir wieder hinterher. Ich will eigentlich nur zum Eingang da. Oh, jetzt hab ich auch gebt mit dem Eingang. Welchen Eingang? Hm. Ah, den. Okay. Los, Gidwing, willkommen! Oder Gidwing, wow! Filmsequenz. Ja, sag ich das. Du wirst niemals damit durchkommen, du hässliche, stinkende Hexe. Oh, wirklich? Was genau war ich? Ihr Tonzwerg? Hier gibt es niemanden, der euch retten könnte. Ihr liegt voll Sponschi. Wir sind hier, um Gidwing zurück zu holen. Nur ihr zwei? Ihr habt nicht den Hauch einer Chance. Da bin ich anderer Meinung. Du nimmst auch den Druiden und Fiona. Äh, okay. Zum Angeln! Uuuh! Ach so, war das grad' mein Name? Nee, ich glaub nicht. Die man nur kann die Säume an der Videosequenz wieder. Äh, hab ich grad'n Lack oder steht der bei mir einfach nur da? Jetzt stehst du da. Das war's. Leute, ich komm' nicht raus, WTF! Was kann ich für was tun? Hilfe? Ich komm' nicht aus der Videosequenz. Ha! Wie geil. Was geht? Oh, Mann. Okay. Ah, jetzt geht's. Boah! Ich bin euch zu froh, ich bin euch beide zu sehen. Wir steigen gleich die Tränen in den Augen. Augen, die zu lange durch eine Banshee blicken mussten. Tut mir leid, dass ich euch so viel Ärger bereitet habe. Bringt ihr mich zurück zur Karawane? Okay, cool. Ähm, ja, dann hab ich jetzt die Quest überhaupt fertig. Ja. Warte mal, ich muss bei irgendjemandem hier die Quest abgeben, aber hier steht niemand. So, und ich nehme den Ruhrstein von Gidwin. Ähm, warte mal, bei mir steht niemand da. Ich kann die Quest nicht abgeben. Fail! LOL. Dann musst du die Videosequenz abrechnen und nochmal neue machen. Oh, Mann, nee. Immer alles umständlich, Mann, ja. Sekunde, vielleicht schaffe ich's, wenn ich nochmal reingehe und irgendwie die Videosequenz nochmal ansiehe. Ja, la, 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 la. Ist hier jemand? Vielleicht durch einen Relog oder so? Wir sind eh gerade nicht in einer Dungeon-Warteschleife. Oh Gott, ich will die Quest nicht, doch mal an der Wern. Ha, ha, lol. Unser Service ist unschlagbar. Unser Service ist unschlagbar. Und zack. Ich hab keine Lust mehr hier, ich hau jetzt ab, nein, wohin soll ich, sollen wir? Ja, ja. Ähm, ich würd sagen, wir gehen erstmal nach Sturmwind, lernen unsere coolen neuen Zauber, oder ich lerne meine coolen neuen Zauber. Und dann schauen wir mal, was es für Heldenaufrufe gibt. Würde ich sagen. Oh mein Gott, hier. Spreicht mit Fiona an der Kapelle, das ist hoffnungsvollen Licht, bla bla bla. Und Ruhestein. Nein, gib uns Ruhestein, gib uns Ruhestein. Puh, was? Geht Wind zu Ruhestein. Weißt du was? Nein, lass es, lass es, lass es. Ähm, wir bleiben hier. Okay. Und zwar... Ähm... So lange bis wir 45 sind. Okay. Und zwar, melde uns mal für die Instanz an. Äh, für die Instanz an. Great�еть. Ich weiß, dass wir heute schon wieder, 모르 Specifically verwohren, Und zwar Lefto. Ich weiß Angst. Oder wie anh weißt.